so hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen kurz dazwischen geschobenem video und zwar wie ihr es am detail lesen könnt ist der ts down bzw ja der ts wurde gesperrt ganz einfach und zwar ja hat mir jetzt eben gerade oder vor ein paar stunden minuten keine ahnung jemand ein jemand per dingens geschrieben per steam geschrieben dass der ts down ist ja und jetzt habe ich gerade mal geguckt er wurde wohl auf eine blacklist gesetzt geblacklistet heißt gesperrt so ich weiß nicht was vorgefallen ist seit gestern abend also seit donnerstagabend ich kann dazu keine genaueren informationen geben ich kann auch nicht sagen wer das war ich kann natürlich das mutmaßen aber das möchte ich nicht daher bleibt der ts ist jetzt erstmal nicht erreichbar ich gucke mal ob ich mich da mit den leuten von von die oder die das da regeln irgendwie in verbindung setzen kann oder so und ja das war auch schon das ist klar quasi die kleine info jetzt erst mal über das wochenendlich damit kann ich sowieso nicht regeln daher tut mir leid aber ist halt gerade so danke fürs zuschauen und dann viel spaß bei den weiteren videos tschüss bis jetzt Vielen Dank.